Der nächste Song, den ich spielen möchte, heißt You and I und der ist von meinem aktuellen Album, also von meinem ersten Album, von meinem Debütalbum, Time to Remember heißt das und ich freue mich, dass ich jetzt noch einen weiteren Song aus dem Album spielen kann und wünsche euch viel Spaß dabei. Der nächste Song, den ich bin. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018